Es ist 15 Uhr und das heißt für Sie Top-Produkte exklusiv für Sie zum Spitzenpreis von nur 15 Euro. Hier kommt die 15 15 Show. Und wie jeden Tag pünktlich auf die Minute um 15 Uhr startet Sie unsere Ihre 15 15 Show. Das heißt für unsere neuen Zuschauer, die nächsten halbe Stunde kostet jedes einzelne Produkt, welches Sie hier sehen, gerade mal 15 Euro, ganz egal, was es vor einer Minute noch gekostet hat. Es lohnt sich auf jeden Fall dabei zu bleiben, weil wir gehen quer durch die Gemüseplatte, wie man so schön sagt. Also viele verschiedene Produkte sind drin. Ingo ist heute dafür verantwortlich. Lassen Sie sich überraschen, was alles auf Sie zukommt. Und ich würde sagen, wir beginnen auch. Jetzt schlägt es 15. Ja, für uns alle ein Riesenspaß. Wir können mal richtig tief im Katalog wühlen. Setzen uns dann mit den Produktmanagern zusammen und beidouern aus und handeln, was wir hier reinbringen dürfen. Und ich habe als erstes hier diese Funktürklingel ausgesucht. Super praktisch, weil diese Klingel ohne Drähte funktioniert. Diana hat den Taster, den drückt man ganz einfach und dann klingelt diese Klingel. Diese Klingel stecken Sie ganz einfach in eine Steckdose. Das will ich mal eben machen. Wo ist denn die Steckdose? Hier haben wir sie. Das heißt, Sie sind hier mobil unterwegs. Egal, wo in der Wohnung Sie eine Steckdose haben, ob Sie mal im Bügelzimmer sind und da das Klingeln hören wollen. Oder im Keller oder im Fernsehzimmer. Egal, diese Klingel nehmen Sie ganz einfach mit und stecken sie überall rein. Drück mal drauf, Diana, ob du den... Oh, wie toll klingt das denn? Kann man nicht überhören. Wir haben hier einen sehr individuellen Klingelton natürlich, aber auch die Standard-Klingeltöne sind dabei. 36 Stück an der Zahl. Und ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich ärgere mich jedes Mal, wenn ich das Klingeln eines Paketbooten nicht höre. Das ist so ärgerlich. Bei uns in Bremen, ich muss dann immer in die Stadt. Die Abholstation ist tatsächlich am Bahnhof. Ich weiß nicht, warum. Da sind keine Parkplätze. Ich komme da nicht hin. Ich ärgere mich da jedes Mal. Ich lasse auch schon Pakete zurückgehen, weil ich keine Lust habe, in die Stadt zu fahren. Hiermit ist das ganz, ganz einfach. Man überhört keine Klingeln mehr. Und eben durch diese 36 Klingeltöne kann ich das auch nur individuell gestalten. Super praktisch. Sie brauchen überhaupt keine Batterien. Der Taster, den Diana da hat, der funktioniert so wie ein Dynamo. Und in dem Moment, wo man drückt, wird auch schon der Impuls gegeben hier. 200 Meter Reichweite ist natürlich fantastisch. Auch vielleicht mal, wenn Sie, was weiß ich, wenn Sie Kinder haben, die ein paar Stockwerke oben spielen, geben Sie ihnen einfach den Drücker mit. Und geben Sie einfach den Empfänger hier mit. Und wenn dann Zeit zum Essen ist oder die runterkommen sollen, drücken Sie einfach. Damit ist das dann überhaupt kein Problem. Ich finde das super, super praktisch. Vielleicht auch, wenn Sie jemanden haben, der gerade krank ist, gerade im Bett liegt oder sowas, kann er damit auch ganz einfach Hilfe rufen. Aber natürlich für draußen, ich weiß nicht, ob Sie schon mal eine Klingel gewechselt haben. Das ist ein Mordsaufwand mit diesen Drähten, die neu verlegt werden müssen und alles. Hier ganz, ganz einfach. Ja, diese batterielose Funktürklingel für nur 15 Euro können Sie jetzt auch gerne bis zu 5 Mal bestellen mit der NX 61, 31 und der 569. Und so einfach ist auch die Anbringung hier von diesem Funktaster. Also das ist wirklich hervorragend. Und es gibt wirklich nichts Schlimmeres, als wenn man mal Pakete verpasst oder auch mal Besuch. Weil das ist ja dann auch echt unangenehm, wenn man das nicht hört. Aber hiermit entgeht Ihnen wirklich gar nichts mehr. Die Idee finde ich auch super, wenn man vielleicht Kinder halt, die auf dem Dachboden wohnen oder im ausgebauten Keller, auf die erreicht man dann viel besser, als laut rumzuschreien. Da hört man das meistens auch nicht. Und man hat hier auch noch so viele verschiedene Klingeltöne. Das finde ich auch sehr, sehr toll. Weil diesen Standard-Klingeltöne, da erschrecke ich mich immer irgendwie eher. Und man hat auch noch eine Beleuchtung, also wenn die Kinder mal schlafen, dann verpasst man trotz alledem keinen Besuch. Ja, und wir machen mal weiter mit dem Thema Besuch, weil da haben wir jetzt auch noch was Schönes für Sie. Es schlägt nochmal 15. Besuch, du hast dich für einen Besuch, der kommt ins Hotel hier in diesem Fall. Weitest mal bei dir, Diana. Das ist ein Insektenhotel. Und jetzt geht es Ihnen wahrscheinlich genauso wie mir. Als ich das erste Mal so vor drei, vier Jahren ein Insektenhotel gehört habe, dachte ich, warum will ich die denn bei mir im Garten haben? Ich will meine Ruhe haben. Die sollen mich nicht plagen. Aber einmal tun sie natürlich was für den Umweltschutz. Sie tun was gegen das Insektensterben. Sie bieten denen hier ein Zuhause. Und zum anderen bestäuben die auch ihre Blüten und Blumen und Sträucher, alles, was sie im Garten haben. Wir haben so eins bei uns aufgestellt im Beet. Also weit weg von da, wo wir normalerweise sitzen und den Nachmittag genießen. Und haben festgestellt, dass unsere Blumen und Blüten, also wirklich viel, viel mehr blühen als vor dem Insektenhotel. Ist alles aus Naturmaterialien gemacht. Sie sehen, das ist optimal. Hier verschiedene Holzarten haben wir da drin. Also je nachdem, welches Insekt sich hier einmisten möchte, haben wir hier die idealen Voraussetzungen praktisch ein First Class Hotel für die geschaffen. Vorne ist so ein Gitter dran. Ganz, ganz wichtig, dass die Vögel die nicht rausklauen. Das stellt man ganz einfach so, am besten in Richtung der Sonne, weil die mögen natürlich auch Wärme und Licht. Und dann werden sie auch feststellen, wenn sie das bei sich in den Garten stellen, dass sie da wirklich bessere und einen schöneren Garten bekommen davon. Sehr, sehr schön gemacht. Weil Insekten mag eigentlich keiner, aber die haben ja einen Sinn in der Natur hier. Und dann kann ihr Garten auch so schön wie unser Bild hier aussehen. Das ist jetzt leider nicht bei mir im Garten, aber so einen Effekt kann das haben, ganz einfach. Das ist eine wirklich tolle Sache. Diana, deine Eltern haben auch so einen riesengroßen Garten. Ja, aber ich wusste nicht, dass sowas funktioniert. Ich musste meiner Mama das auch erzählen. Und das sieht auch so cool aus. Ja, ne? Ich habe noch keins, aber ich werde mir noch eins beschaffen. Wahrscheinlich, das kommt in die engere Auswahl. Was das Schöne ist, also wenn man Vogelhäuschen hat, muss man ja täglich Vögel füttern oder bei ähnlichen Tieren. Beim Insektenhotel, das stellst du einmal auf und musst nichts mehr machen. Und dann kannst du eben mal interessehalber nachschauen, wie es bevölkert wird und ein bisschen Geduld haben. Aber das geht von ganz alleine. Und es gibt ja auch sehr, sehr viele Nützlinge und die finden hier ihr Zuhause. Mir ist auch wichtig, dass diese Naturmaterialien hier eingebaut worden sind. Das ist kein Kunststoff, das ist Echtholz in verschiedenen Varianten. Und ich glaube, das ist auch ganz interessant, mal so täglich mal kurz zu inspizieren. Tut sich schon was? Ja, ja, ja. Und mal schauen, was ist nach einer Woche, was ist nach einem Monat. Auch für die Kinder sehr interessant. Und denken Sie mal dran, das ist ja gut für Ihren Garten. Und alle Insekten, die hier drin sind, die hier ihre Heimat haben, die nerven Sie nicht beim Kuchenessen auf der Terrasse. Das stimmt. Ja, es ist wirklich eine ganz, ganz tolle Sache für Ihren Garten. Aber natürlich auch ein Riesenspaß, wenn man sieht, wie die Gäste hier einchecken, ihre Zimmer beziehen und sich dann richtig wohlfühlen. Also es ist eine ganz tolle Anschaffung hier und heute nur 15 Euro. Ja, und auch stattliche Größe, Sie sehen das, mit dem Erdspieß, den man es einfach in den Boden steckt. 1,60 Meter Gesamthöhe für unser Luxushotel für Insekten aus diesen wunderschönen Naturmaterialien. Die Bestellnummer hier ist die NX-62-14 und die 5,6,9. Viele haben auch, wenn man einen größeren Garten hat, weil das machen wir ja auch so, eine Ecke, die man komplett naturbelässt, die auch nicht gemäht wird, wo alles Mögliche wächst. Dort rein würde Ihnen das natürlich perfekt passen. Und dann hat man auch so ein Gleichgewicht wieder im Garten geschaffen. Ich halte sowas für sehr, sehr wichtig. Bleiben wir noch mal ein bisschen draußen, aber jetzt ein ganz anderes Thema. Ja, es schlägt wieder 15. Ja, draußen ist das Stichwort. Es ist doch so schön jetzt. Es ist langsam wieder warm. Es bleibt lange hell draußen. Es gibt nichts Schöneres für uns, als bei uns im Garten zu sitzen abends und den Abend zu genießen und die Dämmerung und schöne Gespräche führen. Es ist endlich wieder Sommer und man kann ihn auch wieder genießen. Und man braucht trotzdem mal hier und da ein elektrisches Gerät draußen. Sei es jetzt Licht, sei es Musik, sei es irgendwas. Hier kann man hier mit dieser Outdoor-Steckdosenleiste dann eben sicher für Strom sorgen. Sicher, weil diese Steckdosenleiste natürlich wind- und wetterfest ist. Alles ist hier unter diesen gelben Platten hier. Eine Sechsfach-Steckdose, die auch noch schaltbar ist hier. Mit diesem Schalter können Sie alles an- oder ausmachen. Für nur 15 Euro ist ein Riesendeal. Sie können die sogar fest anbringen hier an der Seite. Sehen Sie das? Haben wir noch so Löcher, wo man die dann eben auch meinetwegen an der Wand festschrauben kann. Gehen Sie bitte nicht mit einer normalen Mehrfach-Steckdose nach draußen. Das ist unsicher und dann kann es zu elektrischen Kurzschlüssen kommen. Ihre Sicherung fliegt raus, Schaden verursachen. Hier ganz, ganz sicher. Und die ist wirklich praktisch für jeden, der mal gerne im Garten sitzt, der gerne draußen irgendwas macht. Weil hiermit hat man sicher Elektrizität. Vielleicht auch mal, du hast ja viele Balkons und Verandas, habe ich gehört jetzt. Ja, stimmt. Wie viel hast du in deinem Schloss, Monika? Drei Stück. Drei Verandas, ne? Ja, richtig. Und da habe ich auch viele Steckdosen. Aber ich habe auch trotz alledem zu wenig Steckdosen. Ja. Und deshalb brauche ich auch so eine, weil ich habe bis jetzt immer die von drinnen genommen. Aber das ist nicht gut. Machen Sie das bitte nicht so wie ich. Da kann es ganz schnell mal Stromausfall geben oder dann auch einfach die Sicherung raushauen. Das ist gefährlich. Und hiermit sind Sie eben auf der sicheren Seite, aber nicht nur für den Garten. Ich finde es auch gerade, wenn Sie zum Beispiel mal so einen Hobbyraum haben oder eine Werkstatt und da viel mit Späne gearbeitet wird oder so, finde ich das auch toll, weil das ja dann hier auch zugedeckt ist. Da kommt nichts rein. Also viele Anwendungsbereiche, aber natürlich auch für mich gut. Für mein Zuhause, da hast du recht. Ja, die Werkstatt ist auch ein sehr, sehr guter Anwendungsbereich hier, weil natürlich, da staubt es mal, da fallen Späne. Hier ist das alles sicher verstaut. Und hier bekommen Sie diese 6-fach-Outdoor-Steckdosenleiste für nur 15 Euro. Finde ich einen super Preis. Ich bin tatsächlich auch mal ehrlich, ich war immer zu geizig, mir so eine zu kaufen, weil die sonst viel, viel teurer sind. Aber hier für 15 Euro werde ich mir die auch direkt bestellen. Da geht man einfach auf Nummer sicher. Die Bestellnummer, die ZX3315 und die 569 dürfen Sie auch hier gerne wieder bis zu fünfmal bestellen. Aber Ingo hat uns natürlich noch mehr Highlights rausgesucht. Deshalb würde ich sagen, wir schauen mal direkt, wie es weitergeht. Es schlägt noch mal 15. Ja, alle Artikel sind radikal reduziert. Dieser Artikel ist am reduziertesten, wenn es das Wort überhaupt gibt hier. Hier sparen Sie unglaublich viel. Es ist unser Preisalarm. Der ist so stark reduziert, dass wir nur ein kleines Kontingent von unserem Produktmanager bekommen haben. Deswegen bitte nur einmal pro Besteller bestellen. Aber es ist ein echtes Highlight. Das ist mein Lieblings-Radio-Wecker, den wir im Sortiment haben, muss ich ganz ehrlich sagen. Super klein, super praktisch. Aber natürlich hier, Sie sehen das Display auch sehr, sehr groß. Die Zahlen, dass man die, also ich und du wahrscheinlich auch, Ralf, die mal nachts ohne Brille lesen kann. Ohne jetzt sein Handy anzumachen. Hier ganz, ganz einfach. Hier sehen Sie es. Es ist im Moment 15.12 Uhr und ein paar Sekunden. Und diese Uhrzeit geht immer 100 Prozent genau. Das ist ein Funk-Radio-Wecker. Das heißt, die holt sich ihre Uhrzeit immer über die Radiofrequenzen und ist dann nach der Atomuhr in Braunschweig hier oben in Norddeutschland immer genau gestellt. Sie haben zwei Weckzeiten. Finde ich auch ganz praktisch. Weil in der Woche stehe ich anders auf als am Wochenende, da kann ich das einstellen. Oder vielleicht haben mein Partner und ich, oder meine Partnerin und ich, unterschiedliche Aufwachzeiten. Das Coole ist, Sie können sich natürlich mit einem Ton wecken lassen oder mit Radio. Das ist ja ein Radio-Wecker. Und schauen Sie mal, hier vorne haben wir noch USB-Steckplätze. Das heißt, ich kann hier sogar über Nacht mein Handy laden. Brauche nicht extra noch ein Netzteil da irgendwo ran, sondern ich stecke das ganz einfach hier rein. Und Temperaturanzeige und Luftfeuchtigkeit ist auch noch drauf zu sehen. Sehr, sehr praktisch. Diana, bist du immer pünktlich morgens? Ja, letzte Zeit ja. Letzte Zeit ja, ja. Weil ich mache meinen Wecker natürlich eine Stunde vor. Dann ich nutze auch Snus-Funktion. Hat er auch? Das haben wir hier auch, sehr, sehr wichtig. Und dann kann ich pünktlich sein. Aber wenn zum Beispiel ohne Snus-Funktion, bei mir geht gar nichts, weil ich kann nicht sofort aufstehen. Das ist, ich weiß nicht, meine Natur. Ich finde es halt genial, dass es wieder so oldschool, also ich sage jetzt mal oldschool Radio-Wecker ist. Ich habe das als Jugendlicher schon geliebt, nicht von Möp, Möp, Möp geweckt zu werden, sondern wenn es einfach ins Radioprogramm reingeht und dann bitte eine ungerade Zahl, nicht die vollen Stunden zum Wecken, dann sonst hast du die Nachrichten, aber ansonsten wirst du mit Melodien geweckt. Und das finde ich wesentlich besser. Und deshalb, ich könnte mir vorstellen, das ist ja auch wieder so ein Produkt, was früher mal 100% modern war, dass sowas wieder zurückkommt. Und wenn man es jetzt für 15 Euro bekommt, statt auf Perl.de für 34 Euro, dann ist das, glaube ich, auch nochmal ein Anreiz. Und ja, es ist einfach super, super praktisch, funktioniert mit Batterien oder mit Netzstrom. Mit Batterien müssen Sie auf die Ladefunktion natürlich verzichten, weil die braucht halt den Netzstrom dafür. Aber so generell ein ganz toller Wecker, auf den ich mich verlassen kann. Ich weiß ganz genau, der zeigt immer die richtige Uhrzeit an. Wir haben zweimal im Jahr die Ureinstellung, wo es umgestellt wird, von Sommer auf normale Zeit. Ich vergesse immer irgendwelche Uhren. Ganz schlimm ist es, wenn ich den Wecker vergesse, weil dann stehe ich eine Stunde zu früh oder zu spät auf. Bist du pünktlich, Moni? Ja. Du bist pünktlich. Ich kann auch immer direkt aufstehen. Ich kann auch direkt aufstehen. Ralf, stehst du direkt auf? Ich stehe meistens sogar vor dem Wecker auf. Also wenn ich ihn mal stelle, wache ich meistens fünf Minuten vorher auf. Ja, das ist ja toll. Aber ich finde es schön, eben mit Radio geweckt zu werden. Das ist ein Radio-Wecker mit Funk-Uhr. Möchten wir nochmal betonen für 15 Euro. Die Bestellnummer hier ist die NX8479 und die 569. Und Sie denken daran, das ist hier in der Sendung unser Preis-Alarm. Das heißt maximal ein Radio-Wecker pro Besteller dürfen wir hier zulassen. So, jetzt gehen wir wohl meiner Meinung nach ein bisschen im Camping-Bereich. Aber ich glaube, die Anwendungen sind noch viel vielfältiger von unserem nächsten Produkt. Es schlägt wieder 15. Ja, unglaublich viele Einsatzmöglichkeiten. Das ist jetzt kein Preis-Alarm. Das dürfen Sie wieder bis zu fünfmal gerne bestellen. Es geht um eine elektrische Einzelkochplatte. Und schauen Sie mal, wie schick die ist im Gegensatz zu diesen Älteren. Ich weiß, die Älteren, die waren immer mindestens so hoch, sehr, sehr hässlich. Die hier kann man mal wirklich irgendwo hinstellen und sieht sehr elegant aus hier. Sehr leicht zu reinigen, auch von der Oberfläche her. Wir haben hier ein 15 Zentimeter großes Kochfeld, mit dem alle Arten von Töpfen und Pfannen natürlich geheizt werden können. Stufenlos einstellbar die Temperatur und braucht dabei nur 1000 Watt. Deswegen hast du Camping gesagt. Wenn man mit Camping unterwegs ist, vielleicht sein Solarpanel dabei hat, seine Powerstation, dann geht es um jedes Watt. Und 1000 Watt können die meisten davon. Das heißt, ich kann hier eben auch im Campingbereich mir mal richtiges Essen kochen und muss nicht über so einen Bunsenbrenner mir irgendwas warm machen. Mehr zu mehr taugt das ja nicht. Natürlich auch in der Küche. Wir haben es immer wieder, dass man mal Gäste hat und dann reichen diese vier Kochplatten nicht, die man eben normal auf dem Herd hat. Hier eine ganz elegante, sehr schöne Extrakochplatte. Sie können die ja bis zu fünfmal auch bestellen. Auch mal zum Warmhalten irgendwo aufs Buffet stellen. Oder was wir auch immer gerne machen, ist so ein Fondue. Wir machen gerne Käsefondue. Das ist also wirklich was ganz Tolles. Aber da braucht man dann eben auch nicht mit diesem Brennspiritus und diesen ganzen gefährlichen Materialien zu arbeiten. Sieht sehr schick, sehr elegant aus. Ist wirklich nur knapp fünf Zentimeter hoch. Ich stelle die mal hier auf den Tisch. Lass Sie mal sehen, dass sowas also wirklich auch auf dem Tisch stehen kann. Im Gegensatz zu diesen alten Kochplatten, die eben sehr, sehr hoch und hässlich waren, sage ich nochmal dazu. Kann ich wirklich jedem nur empfehlen. Man kommt immer in diese Situation. Diana, wir waren, wann war das, vor zwei, drei Jahren hast du uns mal zum Essen eingeladen. Eine große Gesellschaft, ne? Ja, und ich habe auch, ich, ja, dass meine Freundin auch war da. Und das auch mir hat eine Kochplatte gefällt, zum Beispiel für Soße. Wir haben auch ein Dessert gegessen. War richtig gut. Dann brauchst du diese Soße. Aber in diesem Fälle, ich glaube, das ist auch sehr, sehr praktisch. Wenn Sie haben eine große Familie und feiern wahrscheinlich auch große Feste, das wird immer helfen. Für 15 Euro bestellen Sie jetzt hier diese elektrische Einzelkochplatte mit der Bestellnummer der NX 9729 und der 569. Und ich glaube, wir haben alle immer irgendwie eine Herzplatte zu wenig. Deshalb ist das wirklich jetzt mal toll, hier direkt mitzunehmen für 15 Euro. Hervorragend. Oder man isst einfach gerne in Gesellschaft, so wie Ingo das nämlich auch macht, wenn er Käsefondue macht. Auch eine richtig gute Idee. Klingt auch sehr, sehr lecker. Ich habe jetzt Hunger. Aber Sie bestellen sich die am besten direkt, weil das ist wirklich nützlich. Aber auch das nächste, was wir Ihnen zeigen, ist wirklich super. Es schlägt nochmal 15. Ja, fürs Auto habe ich natürlich auch was dabei. Das sieht ein bisschen skurril aus. Aber wenn ich Ihnen gleich sage, was es ist, werden Sie das auch sofort schätzen und lieben lernen. Das ist eine Kopfstütze, die Sie ganz einfach an Ihren Autositz anbringen können. Schauen Sie mal. Hier haben wir Aussparungen. Das wird ganz einfach an die normale Kopfstütze Ihres Autos angebracht. Dann ist das so dran und fällt überhaupt nicht auf. Und wenn Sie dann mal schlafen wollen oder so im Auto, Ihr Beifahrer, dann ist das immer sehr schwierig, weil der Kopf immer zur Seite geht oder vielleicht gegen die Fensterscheibe und dann rattert das immer so. Hier kann man ganz bequem schlafen. Wenn Sie es nicht brauchen, klappen Sie es einfach um. Ich werde es mal demonstrieren an dir, Monika. Ja, okay. So einfach wird das angebracht. Wenn Sie es nicht brauchen, klappen Sie es einfach nach oben und schon ist hier tatsächlich, stört überhaupt nicht. Und jetzt bin ich mal der Autositz und halte das hinter dich hier. Ja. Das ist doch eine unglaubliche Erleichterung. Da kann man sich dann richtig entspannen als Beifahrer. Bitte nicht als Fahrer. Nee, aber als Beifahrer ist das echt toll. Gerade auch bei langen Urlaubsfahrten, die jetzt vielleicht auch wieder bevorstehen bei Ihnen. Dann einfach mal den Kopf so entspannen, weil es gibt nichts Schlimmeres, als wenn man den Kopf an die Scheibe legt und der Fahrer dann durch so ein Schlagloch fährt. Ja. Dann kriegt man eine Beule. Das geht wirklich universell an, alle Autos anzubauen, die eine Kopfstütze haben. Und die müssen ja heute eine Kopfstütze haben. Ganz, ganz einfach vorne oder hinten. Ist bequem, oder? Ja, super. Die sind aus Memory-Foam gemacht, diese Pads. Das ist also wirklich auch sehr weich, sehr angenehm. Und die gehen immer wieder in ihre normale Position. Freust du dich über das? Ich freue mich. Das ist super angenehm. Das ist wirklich super angenehm. Würde ich am besten gleich drei, vier Mal bestellen und alle Sitze damit ausstatten. Gerade jetzt im Sommer. Ich nehme es mal wieder weg, Moni. Gerade jetzt im Sommer, weil wir mit Kindern diese langen Autofahrten, vielleicht nach Italien oder in die Alpen. Ich weiß noch, bei uns früher, da lagen alle immer kreuz und quer auf der Rückbank. Hier kann man wirklich mal für ganz entspannte Positionen sorgen. Vor allem auch eine Entspannung für den Nacken. Manchmal sind wir dann angekommen irgendwo. Wir sind mal in, wo war das, in Linz, in Österreich, war mal im Sommer. Da waren wir, ich glaube, sieben Stunden unterwegs hier aus Norddeutschland oder vielleicht noch länger. Wir alle hatten Nackenschmerzen, weil wir alle eben so geschlafen haben oder so oder so. Hier ist es wirklich sehr, sehr angenehm. Geht ganz einfach, in jedes Auto einzubauen und fällt überhaupt nicht auf. Also es gibt ja diese Auto-Zubehörteile, da denkt man, was hast du denn mit deinem Auto gemacht? Das hier ist wirklich sehr, sehr angenehm. Ja, gerade für die, die jetzt längere Reisen wollen. Also ich habe nicht gerne selber welche, die nach Kroatien, Spanien, Italien in den Urlaub fahren. Da bist du halt ein paar Stunden im Auto. Und dann ist das natürlich für den Beifahrer in dem Fall oder die, die hinten sitzen, eine große Erleichterung. Mit so einem Nackenhörnchen hast du ja auch immer noch den Kopf frei. Also dann ist das natürlich perfekt, weil er hier vom Schaumstoff aufgefangen wird. Überall nachzurüsten, wo eine Kopfstütze vorhanden ist und für 15 Euro auch ein richtiges Schnäppchen. Die Bestellnummer hier für diese universell einsetzbare Kopfstütze ist die ZX 84 57 und die 569. Und ich glaube, gerade lange Autofahren werden dadurch wesentlich bequemer. Und wir sehen jetzt gerade auch in dem linken unteren Bild, man kann die, wenn man sie gerade mal nicht braucht, komplett hochklappen. Man muss sie also nicht laufend ein- und ausbauen, sondern einmal installiert hat man sie eben bei Bedarf zur Verfügung. Bei Bedarf zur Verfügung ist beim nächsten Produkt mit Sicherheit auch ab und zu mal gerade auf Reisen sehr wichtig. Es schlägt wieder Künftzug. Das ist Ihnen geht, aber man fährt in den Urlaub, packt alle Sachen im Koffer, freut sich drauf endlich, das Lieblingshemde, das Lieblingskleid, das Lieblings-T-Shirt zu tragen und dann nimmt man es aus dem Koffer und es ist alles zerknittert. Schauen Sie mal, wir haben hier ein Reisebügeleisen, was so klein zusammenzufalten ist, dass wir hier also wirklich, das nimmt keinen Platz im Koffer weg und wir können uns dann selber helfen hier eben, selber mal kurz rüber bügeln. Das ist ein Dampfbügeleisen in einer unglaublich kleinen Form und dann kann man eben seine Sachen mal wieder auffrischen. Ich weiß nicht, es gibt ja auch viel diese, ich mag diese Leinenhemden im Sommer manchmal, aber die muss man ja wirklich nur zwei Stunden tragen, schon hat man da überall Falten drin, hier haben wir ein Dampfbügeleisen, was im Nu ihre Sachen wieder glatt macht mit einer sehr schönen Edelstahloberfläche, das heißt, das Bügeleisen schwebt da auch einfach nur so rüber, ein ganz tolles Bügeleisen in kleiner Größe, was übrigens, was ich auch faszinierend finde, sowohl mit 230 als auch mit 110 Volt funktioniert. Das heißt, auch wenn man im Ausland ist, kann man, wo eben andere Voltzahlen herrschen, kann man hier trotzdem seine Sachen ganz einfach mal wieder aufbügeln. Die Anna, du hast erzählt, in deinem letzten Urlaub hast du dein Lieblingskleid dabei und das kam ganz zerknittert raus. Ja, richtig und ich habe auch nach Bügeleisen gefragt bei Rezeption und drei Tage, sie hat mir gar nichts gegeben, weil das war immer bei, ich weiß nicht, bei irgendjemandem und natürlich, ich war wirklich traurig, weil dieses Kleid, das ist auch so, Kleid, das kann so nicht gebügelt anziehen und natürlich, das hat man, ich war ein bisschen traurig schon, na, also ich muss das nächste Mal jetzt auch mitnehmen, einen kleinen Bügeleisen, aber hier ehrlich zu sein, für 15 Euro, ich will das sofort nehmen, wir haben auch kleine Becher hier, Sie können das auch Wasser reinmachen, ich finde das wirklich genial. Also sehr, sehr klein, sehr, sehr handlich, das kann man überall mitnehmen, gerade bei diesen Bügeleisen, die es in Hotels manchmal gibt, ist ja auch nicht, man weiß nicht, wer hatte das vorher in der Hand alles, was waren da für Klamotten vorher drunter, hier haben Sie Ihr eigenes Bügeleisen dabei und das eben in dieser klitzekleinen Form, ich finde das einfach genial, auch hier mit den 110, 230 Volt, da wurde wirklich an alles gedacht dabei. Ja, das ist richtig genial und das haben wir hier heute in der 15, 15 schon bedeutet, es kostet noch 15 Euro, dürfen Sie auch gerne öfter bestellen, wenn Sie jetzt vielleicht auch jemanden kennen, der in den Urlaub fährt und das einfach mal verschenken wollen, das kommt bestimmt auch sehr gut an, weil das sieht einfach echt schöner aus, wenn die ganzen Sachen einfach ordentlich gebügelt sind, das 2 in 1 Reisedampfbügeleisen bestellen Sie gerne mit der NX 13 78 und der 569 und jetzt haben wir noch was Praktisches für alle, die Pflanzen zu Hause haben, aber Dianas Tipp ist auch richtig hilfreich, schauen wir doch mal direkt, was es ist, es schlägt nochmal 15. Da bin ich jetzt auch gespannt, es geht um einen Akku-Drucksprüher, Akku-Pumpe-Drucksprüher. Sie kennen diese Sprühflaschen, da muss man immer so machen, bis dann endlich irgendwie so feiner Staub rauskommt. Das hier ist hier elektrisch, funktioniert ganz, ganz einfach, einfach laden und dann haben sie hier bis zu 4 Stunden diesen Wassernebel, Moni hat schon Angst, diesen Wassernebel, den sie natürlich auch macht. Ich sitze neben dir, Ingo, du hast jetzt dieses Ding in der Hand, da habe ich Angst. Ich bin aber weder Ralf noch Carsten. Aber du bist Ingo. Also ganz feinen Wasserstrahl, ideal natürlich für Pflanzen, aber ich sage Ihnen mal, warum ich den hier reingenommen habe. Ich habe vor 3 Wochen so einen holzbelegten Balkon bei mir in meiner Wohnung hier in Dassel und der hatte über den Winter so dieses Grünzeug da angesetzt und tierisch glitschig, wenn es nass ist und so weiter, musste ich aktiv werden. Da gibt es diese Grünbelagsentferner, gibt es im Baumarkt und ich hatte so einen Pumpsprüher, der war da mit dabei. Ich war, 2 Stunden habe ich so gemacht, mein Arm war tot für 3, 4 Tage. Mit sowas ist das wirklich sehr, sehr einfach, hier alles sehr exakt eben zu verteilen damit. Das ist eben nicht nur für Wasser, sondern das ist lösungsmittelresistent. Also Sie können da sogar, wenn Sie mal eine Tür abbeizen wollen oder sowas, auch solche Flüssigkeiten reintun. Und wie gesagt, wir können hier von Staub, jetzt drehe ich es mal ein bisschen auf, können Sie nämlich auch noch. Jetzt wird es gefährlich, Monika. Jetzt wird es gefährlich, Monika. Achtung. Nein, keine Angst. Ich mache es nach vorne hier. Also auch einen gezielten Strahl damit machen. Aber ich bin gespannt, was du für eine Spezialanwendung hast, Diana, weil die kenne ich glaube ich noch nicht. Was meinst du? Dein Tipp. Dein Tipp? Also für Duschkabine. Duschkabine. Ja, ein bisschen gegen Kalk. Du machst ein bisschen Essig rein, danach Wasser und dann, ich habe immer eine Flasche in meinem Badezimmer, das steht, dann machen Sie danach mit diesem Mikrofasertuch alles rein. Ihr habt keinen Kalk mehr im Leben, wirklich, das funktioniert super gut. Also ich würde mir schon zwei Stück bestellen, ja, einmal zum Beispiel für Blumen und zweitem für Badezimmer. Und das spritzt auch so weit, guck mal. Ja, das ist irre, ne? Ja. Moni, ich habe dir den mal gegeben, dass du keine Angst mehr hast. Du musst von mir keine Angst haben. Jetzt, ich habe Angst. Also ein Universalhaushaltshelfer, wenn es um Pflanzen oder auch um Reinigen geht, von ganz feinen Nebel bis zum gezielten Strahl. Ich könnte mir auch vorstellen, dass man da im Sommer im Garten ganz viel Spaß damit haben kann. Dann ist es nämlich eine Wasserspritzpistole. Aber egal, wie Sie es anwenden, es kostet heute akkubetrieben nur gerade 15 Euro. Die Bestellnummer für unseren Akku-Drucksprüher ist die ZX6203 und die 569. Ich weiß nicht, was Sie jetzt tun, aber ich werde jetzt gleich ans Telefon gehen. Ich werde mir das Insektenhotel holen. Das fehlt noch in meinem Garten. Ich bin gespannt, wie schnell sich das bevölkert. Aber ich weiß, ich muss schnell sein und das sollten Sie auch, denn unsere Kontingente sind natürlich begrenzt. Wenn weg, dann weg. Also am besten jetzt sofort ans Telefon sich Ihr Lieblingsprodukt sichern. Und dann bleiben Sie auch weiterhin bei uns. Es wird spannend weitergehen. Bis bald.